S4HANA Cloud bietet quartalsmässig einen neuen Release-Wechsel. Ihr habt mich sicher schon gefragt, wie aufwendig ist so ein Release-Wechsel und was bedeutet das für euch als Kunden? Zudem ist sicher die Fragestellung, wie die SAP neue Innovationen in bestehende Geschäftsprozesse integriert. Genau diese Themen schauen wir jetzt an. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Kaffeetalk von Inflow. Mein Name ist Beat Weiler. Die Hauptaufgabenstellung von S4HANA Cloud, eurem Cloud ERP-System, ist, dass eure Geschäftsprozesse nie verhalten. Durch die quartalsmässigen Release-Upgrades bleibt ihr aschur und ihr habt nie ein veraltetes System. Die Zeit ist vorbei, wo grosse Aufwände bei dem Release-Wechsel anfallen. Die brauchen also nicht alle 3-4 Jahre, mehrere Wochen und Monate zu investieren, um am neuesten Stand aufzukommen. Quartalsmässig fallen Release-Wechsel an und die können fast ohne grossen Aufwand in eurem System neue Innovationen einbringen. Wie kommt die Innovation in eure Geschäftsprozesse? Erstens arbeitet ihr auf eurem Geschäftsprozess wie Anhin. Und dann bringt SAP als zweiten Schritt neue Logik im Hintergrund hervor. Und drittens wird diese Logik in euren Geschäftsprozesse einbunden. Dort kann es sein, dass es automatisch verfügbar ist, eine neue Funktion, oder man muss sie aktivieren, damit es im Geschäftsprozess führerkommt. Und zu guter Letzt verschwindet der alte Coding-Teil oder der alte Prozesse-Teil und SAP eliminiert das. Sie fragen euch sicher, wie so ein Release-Wechsel abläuft. Der Ablauf ist immer gleich und strukturiert sich etwa so. Zu einem bestimmten Tag X wird das Release ausgeliefert und als erstes tut SAP die ganzen Lerninhalte und Informationen über die Funktionalität des Release-Wechsels kommunizieren. Dann kann man bereits schauen, was kommt und wie man diese Funktionalität im Geschäftsprozess nutzen und aktivieren kann. Genau eine Woche später wird das neue Release auf das Qualitätssystem geben. Jetzt hat man seit zwei Wochen lang den Geschäftsprozess, der im Betrieb ist, zu prüfen, ob man eine Abhängigkeit mit dem Release hat. Dann kommt der neue Release-Stand auf das Produktionssystem und man ist in der Lage, die neuen Funktionen und Innovationen im Geschäftsprozess zu nutzen. Das bedeutet, dass nach drei Wochen ein neuer Release auf eurem System drauf ist. Euer System veraltet nie und ihr seid Azure. S4HANA Cloud ist das innovativste Produkt auf dem Markt und bringt pro Release-Wechsel pro Quartal bis zu 20% neue Innovationen in eurem System hinein, sodass ihr das in euren Geschäftsprozessen integrieren könnt. Für weitere Fragen kommt jederzeit auf mich zu. Ich berate euch gerne unverbindlich. Bis zum nächsten Kaffeetalk. Ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017